Moin, Niki von der Heide. So, der letzte Stream in der Reihe Aufräumen und der heißt Spieltisch. Das ist so eine Sache mit dem Spieltisch, da kommt man immer erst relativ zum Schluss drauf, was eigentlich läuft. Wir befinden uns nämlich gar nicht in einer Beziehung, in der sowas wie das Vorliegende nämlich auch gar nicht vorkommen könnte, sondern in einem schmutzigen Spiel. Wobei das nicht stimmt. Wir befinden uns sehr wohl in einer Beziehung. Der Narzisst aber nicht. Der tut nur so, als wenn er sich in einer Beziehung befindet. In Wahrheit befindet der sich aber in einem Spiel, in seinem schmutzigen Spiel. Das liegt aber nicht offen. Der tut so, als wenn er in einer Beziehung steht, wo wir es wirklich tun. Darum verstehen wir auch die Regeln nicht von diesem Spiel. Und darum begreifen wir auch nicht, warum da alles erlaubt ist. In Beziehung ist nämlich nicht alles erlaubt. Eigentlich sogar nur das Allerwenigste. Für Narzissten ist immer alles erlaubt. Und die wenden auch alles an. Eben, weil es nur ein Spiel ist. Und da geht es auch nicht ums Sportsgeist, nicht um das Team, nicht ums gemeinsame Weiterkommen, sondern allein nicht darum, zu gewinnen. Um jeden Preis zu gewinnen. Und darum fühlen wir uns auch immer als Verlierer. Aufschreiben, Kühlschrank. Die Beziehungsebene ist der Spieltisch. Und wenn ich sage, dass Persönlichkeitsgestörte mit leeren Händen kommen, so sage ich damit, dass sie über keine sozialen Kompetenzen verfügen oder um emotionale Kompetenzen um Beziehungen zu führen. Und wenn ich sage, dass sie kein Geld haben, so sage ich damit, dass sie keine Liebe in sich tragen und keine Fähigkeiten zur Beziehung haben. Und wenn ich sage, dass sie es darauf angelegt haben, uns am Spieltisch abzuzocken und zu betrügen, dann sage ich, dass sie es darauf angelegt haben, dass wir unsere Liebe, unsere Beziehungsarbeit für sie einsetzen und für sie kämpfen, trotz deren unterirdischen Verhaltens und sie selber kassieren diese Energie, als auf sie gerichtet. Wir versuchen Dinge in Ordnung zu bringen, die überhaupt nicht kaputt sind, die einfach nur etabliert sind. Darum kriegen wir die auch nicht heil, weil die sind gar nicht. Darauf setzen die. Und darum verlieren wir. Weil wir diese Regeln nicht kennen. Ein Spiel am Tisch ist der leere Raum. Sie behandeln uns wie einen seelenlosen und fühllosen, gesichtslosen Raum. Da ist Platz. Platz für sie, in dem sie rücksichtslos ihren ganzen Scheiß abpacken können. Unsere Liebe schafft Raum für ihn und das merken die. Da sie selber ja nicht lieben, haben sie auch keinen Raum. Und das merken wir. Aber am Anfang noch nicht sehr genau. Wir merken nur, irgendwie ist das alles anders als gewollt, anders als gekannt. Irgendwie anders. Aber das kriegen wir noch nicht raus, was da fehlt. Wir werden nichts los, wir werden nicht gefragt, wir werden nicht gehört. Wir existieren gar nicht, außer in dieser gesichtslosen Form eines Raumes, in den irgendwas reingestopft wird von jemand anders. Wie eine willfährliche Maschine posten wir Reaktionen heraus, wie auf Knopfdruck. Das dauert eine ganze Weile, bis wir dahinter kommen, was da eigentlich läuft. Das Spiel ist eben das Wirken der völligen Selbst- und Ich-Bezogenheit der Kranken. Der Irre ist den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigt und trifft sich denn noch nie. Der verpasst sich völlig selber. Und dasselbe macht er mit uns. Er manipuliert den ganzen Tag an uns herum. Er bewertet, er vergleicht, er kommentiert, er wertet ab. Er straft, er sanktioniert, er manipuliert und verpasst uns dabei. Aber obwohl er uns die ganze Zeit im Fokus hat, völlig. Der kann mit uns überhaupt nichts anfangen. Der kennt uns nicht, der erkennt uns nicht. Das ist ein totales Nullsummenspiel. Es geht um nichts. Und darum haben wir auf der Beziehungsebene zu so einem Menschen, wenn wir das erkannt haben endlich, nichts zu suchen. Das große Problem ist wirklich, dass Irre uns immer an den Spieltisch holen, um uns auszunehmen, um uns abzuzocken und uns zu betrügen. Das ist Fakt. Narzissten haben nichts Eigenes. Die haben keinen eigenen Einsatz, keine Liebe, keine Gefühle, keine soziale oder emotionale Identität. Darum sind die auch so auf den Kontakt zu uns versessen. Die wollen uns die Taschen leeren. Sie lieben es zu spielen, aber den Preis zahlen alleine wir. Denn sie kommen immer ohne Geld an den Spieltisch. Alles, was sie können, ist bluffen. Sie haben verschiedene Tricks, euch immer wieder ins Spiel zu bringen. Sie installieren ein Drama, in dem ihr euch verfangt und das ihr lösen wollt. Lösen. Sie installieren ein Problem, das angeblich durch euch in die Beziehung gekommen ist und das ihr lösen sollt und angeblich auch müsst. Sie installieren Beschuldigungen und Angriffe, die ihr auflösen und beschwichtigen sollt. Angeblich auch müsst. Immerhin seid ihr ja schuld. Und das ist der Joker, schuld. Sie etablieren ein Feld unklarer, verworrener Schuld. Deren fehlende Inhalte werden durch große Hüllen abgedeckt. Eine riesen Show mit Geschrei, Leid, Tränen, Drama, Türenknallen, angedrohten und durchgezogenen Trennungen. Eine riesen Welle, ein riesen Drama. Sie bringen die Beziehung in einen solchen Schiefpunkt, dass ihr hinterherlaufen müsst, um sie scheinbar zu retten. Das führt bis zu lauten Philosophien über die Trennung, Trennungsandrohungen oder auch vollzogene Trennungen. On, off. Damit kommt er wieder an den Tisch und finanziert diesen Wahnwitz alleinig mit eurer Energie die künstlichen Etablierungen eines anderen. Es ist alles ein riesiger Bluff. Es geht um nichts. Ihm jedenfalls nicht. Das verdeckt er durch das Drama und durch die Geschwindigkeit. Ein weiterer Trick ist es, euch für ganz, ganz wichtige Gespräche an den Tisch zu holen, ganz wichtige Erkenntnisse getroffen, ganz wichtige Dinge erkannt. Und in 98% der Fälle sieht es dann aber leider so aus, dass sie nur wie zusammengerollte Schlangen unterm Fliederbusch liegen und darauf warten, dass ihr das Gespräch für sie führt. Ihr sollt froh sein, dass ihr endlich mal zu Wort kommt. Dass er sich sicher ist, dass ihr kommt. Sie hoffen, dass ihr das, dass ihr sein Gespräch führt, weil ihr so froh seid, auch endlich mal zu Wort zu kommen. Endlich mal gehört werden. Sie ködern euch mit der Vorstellung, dass es hier um etwas Reales geht. Um irgendetwas, das wie Raum aussieht in ihm. Ja, dass er euren Standpunkt und eure Gefühle in sich aufnehmen will. Ja, dass er zuhören will und dass er tatsächlich ausnahmsweise auch mal Interesse daran hat, wie ihr wohl euch fühlt, was ihr wohl zu sagen habt, was ihr wohl wollt. Er gibt sich den raffinierten Anschein, dass er an der Beziehung arbeiten will. Mehr noch, dass er sich ändern will. Indes, es ist ein Bluff. In 98% der Fälle wartet er nämlich nur darauf, dass ihr Geld, also eure Energie und Liebe, auf den Tisch legt. Und er sich dranhängen kann, um so zu tun, als wäre er ins Spiel. Es geht aber nur darum, euch abzuzocken. Er wird euch mit großen Augen und zusammengelegten Patschhändchen anschauen und nicken. Ja, du hast ja so recht. Das geht auch so nicht. Ja, du hast auch so recht. Das kann ich auch so nicht machen. Ja, du hast ja so recht. Das habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja, du hast ja so recht. Ich muss mir da auch dringend Hilfe holen. Das ist ausgemachte Quirlkacke. Und es hat 45 Jahre gedauert, bis ich das kapiert hätte, wie dieses Spiel eigentlich läuft. Das ist ein fieses Spiel. Es ist nur ein Bluff. Dass die entweder irgendwas verstanden hatten, noch verstehen wollten, dass sich nichts änderte, weil sich auch nichts ändern sollte. Dass die überhaupt nichts kapiert hatten und auch gar nichts kapieren wollten. Ja, einfach weil es sie nicht interessierte. Es war ein Trick, mich zurück an den Spieltisch zu holen, um meine Energie wieder in ihn zu bottern. 45 Jahre, also schon, echt, ich war wirklich richtig schnell. Mein ungebetener Rat lautet, wann immer so einer nach Gesprächen geiert, nicht machen. Oder wenn doch, dann nur ohne Geld an den Tisch gehen. Du willst reden? Ich höre. Du hast fünf Minuten Zeit. Läuft. Das Einzige, was ihr wahrscheinlich hören werdet, in 98 Prozent der Fälle, ist das laute Schließen der Tür. Von außen. Möglicherweise noch hochgekränktes Geschrei, weil er hier nichts mitbringt. Weil, hat nicht geklappt, der Cunning Plan. Mich hat mal so ein Honk für ein ganz wichtiges Gespräch in den Wald zitiert. Der Teufel allein weiß, warum. Und der Teufel weiß auch allein, warum ich da eigentlich hingegangen bin. Weil ich aber ohne Geld gekommen war und nichts sagte, ließ er mich wütend brüllend nach 20 Minuten stehen. Ich sei uneinvernehmlich und es mache keinen Spaß, mit mir zu reden. Also, ich habe nichts gehört. Und das hat er nicht nötig, ja. Was ich für meinen Teil war, nur extrem angepisst. Dass ich an einem Sonntagnachmittag ohne Hunde, über eine Stunde dämlich im Hochschnee rumgelaufen war, weil irgendein geistesgestörter, gefälschte Körnerspur ausgelegt hatte. Scheiße. Bist du eine Kohlmeise oder was? Fuck, fuck ey. Ja, da hätte ich schon schalten müssen. Wenn ich was sagen will, dann haue ich das nämlich raus. Und ich schleife mir noch jemanden in den Wald. Und eier da dann eine Stunde blöd rum. Es war alles nur Tarnung. Für das vorhandene Nichts. Sollte mir wohl die Zunge lösen. Im dramatisch verschneiten Wald, in dem wir ja schon so positive Gefühle zusammen gehabt hatten. Oder ich. Weiß nicht. Es kam übrigens nie mehr das Gespräch drauf, was er denn da so brandwichtig ist, erkannt hatte. Ich habe es jedenfalls nie erfahren. Na ja, vielleicht. Auch aus Versehen. Vergessen. Er hielt sich auch ansonsten für ziemlich clever. Denn er versuchte mich original zu ködern, indem er sagte, wir könnten uns ja treffen, um über unsere Beziehung zu sprechen. Gott sei Dank war ich nicht die ganze Zeit über eine bedröhnte Kohlmeise, sondern musste bei diesem biblischen Satz doch endlich mal stutzen. Welchen Grund gab es eigentlich, über eine Beziehung zu reden, wenn diese nicht sowieso schon völlig im Arsch war? Was hielt der wieder für eine Körnerspur? Weil ich mich ja sonst so gierig auf alle scheinbaren Gesprächsangebote geworfen hatte. Endlich mitspielen. Eine andere Tücke ist es, dass sie mit gezinkten Karten spielen. Die haben immer nur Asse auf der Hand und spielen alleinig obersticht unter. Das heißt, bevor ihr euer Bübchen auch nur auf die Tischplatte des Hauses geknallt habt, hat der den Stich schon nichts kassiert, weil der hat ja Pikass. Das machen die, indem sie die Situation von Haus aus dominieren und ihnen den Stempel aufdrücken. Sie sagen euch, worum es geht und was sie gehört haben wollen. Sie sagen euch, wo der Schuh drückt und wo euer Part ist. Und sie zerren euch auch in alle ihre Probleme rein, rücksichtslos. Und wenn ihr euch wehrt, dann ist Polen offen und Ungarn und Tschechien, der ganze Ostblock ist gleich offen. In der Regel lautet, wer nicht dient, wird an den Pranger gestellt, angeprangert und dann abgeschossen. Weil nutzlos. Völlig nutzlos. Es ist auffallend, dass ihr eure Geschichte mal zu Ende erzählt, ohne dass sie nicht irgendwie das Gespräch übernehmen. Und wenn sie die Story dann havariert haben, übernommen haben, zerstört haben und irgendwie eigene Quatschkacke da erzählen, ist ihnen das aber nicht aufgefallen, dass das gar nicht zu Ende erzählt war und dass sie es kaputt gemacht haben. Das fällt ihnen nicht auf. Weil die einfach nicht zuhören. Die sind nicht dabei. Ihr seid nur ein Stichwortgeber, eine Projektionsfläche für ihre Geschichten. Sie stürzen sich, und das machen die mit E-Mails, WhatsApps auch nicht anders. Allein ich auf diese Stichworte, für mehr reicht ihr Interesse einfach nicht aus. Und ihre geistige Kraft auch nicht, ja. Wie das so ist, wenn man andere Leute besucht, wie Websites, dann kriegt man nur mit, was einen selber interessiert und auch nur 12 bis 60 Sekunden lang. Ja, also werden völlig irre und bescheuerte, völlig falsche Stichworte rausgepickt und damit spätestens dann das versuchte Gespräch so dermaßen in die Grütze gekloppt, weil das in eine so völlig kaputte Richtung gelenkt wird. Ihr kriegt da keinen Fuß an den Boden. Und da kommen auch Worte nicht hin, weil da ist kein Verständnis für eure Botschaft. Dazu gehört auch, dass sie den gesamten Raum für sich und ihr banales Gewäsch, ihre Nullgespräche und ihre Nullthemen beanspruchen. Von Haus aus schon, ja. In einem normalen Gespräch teilt sich die Gesprächszeit automatisch prozentual unter den Beteiligten auf, ja. Hier ist es anders und darum fühlt man sich auch so unwohl. Das ist, als wenn man am Billärtisch völlig alleine dasteht mit seinem Kö in der Hand und er räumt alle Kugeln weg. Und man selber kommt nicht mal dazu, den Kö anzukreiden, sondern ist nur mit Applaudieren beschäftigt, weil der andere räumt ab, die Neun in die linke Tasche, zack, ja. Wo ein gutes Spiel davon lebt, es gemeinsam zu bestreiten, geht es hier nur um sein Spiel, um seinen Müll. Er macht den Raum zwischen euch mit seinem Gewäsch, seinem Drama, seinem jüngsten Anfall, mit sich selber und seinen Anliegen voll. Das ist diese narzisstische Geltungssucht und ihr seid das Publikum. Klack höre Statisten. Und wenn ihr mal was bringt, falls ihr überhaupt noch Lust dazu habt, stellt euch schon ganz schnell fest, da kommt nichts an, da ist gar kein Interesse, da ist gar kein Platz. In der NLP nennt man das einen Chunk. Ein Chunk ist ein Aufnahmeplatz für eine Informationseinheit, wie ein Schalter in der Postfiliale. Warum NLP, die ja eigentlich im Groh immer nur das ganze alte Zeug neu benannt und künstlich aufgepusht haben, auf sechs Chunks besteht, wo die millersche Zahl sieben seit Jahrzehnten davon ausgeht, dass genau sieben geistige Alternativen gleichzeitig erwogen werden können? Weiß ich nicht. Alles null macht der Mai. Bei geistig Behinderten macht jeder geistige Impuls einen Chunk voll. Rumgucken, einen Chunk. Husten, zweiter Chunk. Kaffee trinken, dritter Chunk. Stein im Schuh, vierter Chunk. Und so weiter. Intelligente, geistig unbelastete und vigile Menschen können Chunks clustern oder bundeln. Die haben dadurch zwar auch nur sieben Chunks, aber in denen werden viel mehr Informationen verwaltet, weil die sich über Emotionen verknüpfen und dann abrufbar sind. Heizung. Ah, ich wollte Tipp-Ex kaufen. Ja, das ist irgendwie verknüpft, verclustert, verbandelt. So, das lässt natürlich einen viel breiteren Fokus zu und das heißt, man hat viel mehr Platz. Und da kriegt auch ein anderer mal was geparkt. Wenn andere Leute in ihren engen, meistens untrainierten, irgendwie voll mit Müll gestopften Chunks sich dann auch mit Drogen zu ballern oder mit Alkohol, dann ist sofort Ende im Gelände, ja. Und dann ist Bray in der Birne. Da werdet ihr nichts unterbringen, ja. Wenn dann die achte Informationsanheit angeschlurft kommt, bricht Panik aus und der Inhaber dieses Hexenkessels wird zügig ziemlich unangenehm, weil er Stress hat. Ihr stresst den. Der war schon bei vier belegten Chunks gestresst, aber bei acht steigt der völlig weg, ja. Und es gibt noch zwei unglaublich verräterische Kennzeichen für Narzissten am Spieltisch. Er plärrt euch rücksichtslos ins Gespräch rein, weil er das natürlich alles schon längst weiß, was ihr euch da erzählt und dass ihr euch den Vortrag dann bitte spart. Es beleidigt und langweilt ihn. Das ist der ungehörte Subtext. Und es ist sinnlos, dagegen anzutreten. Ich versuchte es neulich mit meinem Bekannten, von dem ich euch schon erzählt habe, der nix und nichts auf die Reihe bringt und mich wieder und wieder mit immer denselben toten Gesprächsschleifen über die seit nunmehr sieben Wochen fehlenden handwerklichen Tätigkeiten zieht, ja. Und bla 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 bla. Ich sagte genervt, dass ich das alles schon mit seinem Kollegen besprochen hätte, worauf er wieder ausflippte. Warum? Wieso? Der sich schon wieder einmischt. Das war doch alles klar. Er hat ihm das alles gesagt. Bla bla bla. Ich sagte einen Satz. Daraufhin rastete er schon wieder aus. Das wisst ihr alles längst. Und er sei vom Fach. Und er macht das seit tausend Jahren. Das müsste ich ihm nicht sagen. Der war in seinem Ego schon völlig angepisst, schwer genervt, völlig angeschossen. Und ich schrie ihn an. Ja, Alarmzeichen. Auch schon total genervt. Und dass es ja gar nicht um ihn geht oder um das, was er glaubt, worum es geht, sondern dass es um etwas geht, was ich sagen wollte. Dorschblick. Dorschblick. Das sind so kaputte Gespräche. Das sind gar keine Gespräche. Das sind Monologe, denen man beiwohnt und man versucht dann auch was zu sagen. Aber es ist halt ein Monolog. Da passt nichts rein. Ständiges Unterbrechen ist das Zweite. Kann mal vorkommen im Eifer des Gefechts oder weil man ADHS hat oder aufgeregt ist oder sonst was. Aber bitte nicht in Serie. Das machen nur Irre so. Immer wieder. Und die sind da auch nicht kurierbar. Die fallen dir brüsk ins Wort und schreien, lass mich doch auch mal ausreden. Und wann immer man das hört, Vorsicht. Das passiert immer nur dann, wenn ein Irrer gerade das Gespräch über Nimpala ein Stichwort gehört hat. und der Havarierte sich das nicht demütig gefallen lässt und sagt, nee, warte mal, ich bin noch nicht fertig. Und einfach weiterquatscht. Da werden die Irren dann zügig unangenehm, weil sie haben ja nur was Wichtiges zu sagen hier. Ich blöke mittlerweile völlig offen angepisst zurück. Warum lasse ich dich nicht ausreden, wo du mir schon wieder voll ins Gespräch reingegritzt bist? Ich war noch nicht fertig. Du unterbrichst mich. Dorschblick. Das ist der Spieltisch in kaputten, narzisstischen, persönlichkeitsgestörten Beziehungen. 20 Minuten. Fühlt sich klasse. Jetzt merkt man aber auch, also hier draußen hängen die Wolken wirklich fett, fett, dunkelgrau. Es grisselt. Es reicht dann auch. Ja, geht auf geht auf 4 zu. Reicht dann auch. Tüdelü. Hab euch lieb. Tüdelü. 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 Tüdelü.